Ich heiße Ayshe Burgujolo, mein Mädchen Name ist Renkligül und ich bin in Kahramanmarasch geboren. Ich bin 1989 nach Deutschland, nach Hamburg gekommen. Und in dem Tag, als ich nach Deutschland, nach Hamburg kam, habe ich so immer in meinem Gedächtnis, immer ich vergesse nicht, wo sind die Leute, obwohl war nicht ganz spät, das war 18 Uhr oder 19 Uhr, wo sind die und auch mir auch ausgeweilt, warum die Häuser keinen Balkon. Weil ich bin in ein großes Haus groß gewachsen und mit Garten, mit Balkon, wo ich komme, dass überall die Häuser einen Balkon haben. Und ich habe auch gefragt, warum ist es so leise, wo sind die Menschen? Und ich bin auch auf politische Gründe gekommen. Ich habe Marasch Lehramt Schule besucht und bis dritte Klasse habe ich das auch so studiert. 1978, das war Marasch Massaker. Dann ist es auch meine Schule, wurde geschlossen und ich konnte nicht bis zum Ende. Und ich habe auch live Marasch Massaker erlebt. Drei Tage konnte ich nicht mit meinen Eltern, die Militär sind. Und die haben später uns in unserer Schule, in der Lehramtsschule, die haben das uns gebracht, weil die mussten uns irgendwie auch so von Faschisten schützen. Einige Zeit später, wir sind nach unserem Haus, wollten wir, aber wir haben das gesehen, dass alles kaputt ist. Könnten wir nicht. Dann haben wir eine neue Wohnung gemietet, woanders gewohnt. 1982, von politischen Gründen, bin ich auch verhaftet. Und ich habe fünf Monate im Gefängnis von, wie ich gesagt, politischen Gründen. Warum liest du diese linken Bücher oder warum hörst du, dass es diese Südfilmaneli oder solche. Weil ich bin auch eine Alevitin und ich bin eine Kurde. Anfang habe ich das natürlich gesagt, ich kann nicht mehr weiter hier leben. Was kann ich auch machen und so. Da habe ich versucht natürlich, wie ich von meinen Verwandten, Bekannten und oder auch nicht ein anderes Land, sondern habe ich gesagt, okay, ich habe das jetzt ein paar Bekannte auch in Deutschland. Mindestens kann ich das jetzt nach Deutschland verreisen. Ich bin alleine 1989 nach Deutschland verreisen und dann 1990, ich habe meinen Mann kennengelernt und dann wir sind 1991 verheiratet. Ich habe zwei Kinder und dann habe ich einen Tag in einer deutschen Zeitung gesehen, das ist in einem Kindergarten. Die suchen erst einmal als Köchin. Ich habe mich interessiert, habe mich beworben. Das waren acht Leute, die haben mich tatsächlich genommen, habe ich gefreut. Mindestens, dass ich auch so mit Kindern beschäftige, wie früher mich auch interessiert. Bei meiner Heimat habe ich auch so kurz auch gearbeitet. Und da war auch ein zweisprachiger Kindergarten. Als meine Kinder ein bisschen auch groß geworden, habe ich gesagt, ich muss auch eine Ausbildung machen. Dann habe ich 2002 in Altona auch eine pädagogische Fachschule angefangen. Drei Jahre habe ich die Schule besucht. Und danach habe ich wieder zu meiner alten Arbeit. Ich habe gesagt, auch ich will gerne. Meine Kollegen haben auch gesagt, natürlich, das nach der Ausbildung. Ich habe, dass ich auch wieder eine Stelle bekomme, erst einmal angefangen mit den kleinen Kindern. Und mein Kindergarten, das ist ein älterinitiative Kindergarten. Auch das ist zweisprachiger, türkisch-deutsches Kindergarten. Das heißt, die Hälfte, die Hälfte türkische Kinder, die Hälfte deutsche Kinder. Und auch mit den Deutschen verheiratet. Und die Eltern, deutsch oder türkisch. Ich liebe meine Arbeit. Ich gehe jeden Tag so gerne auch so mit den Kindern arbeiten. Mir bringt den Kindern so viel Spaß. Und die deutschen Kinder, das ist mich auch so immer berührt, wenn die mich auch Güneiden sagen. Und wenn die auch türkische Lieder singen. Und wenn die groß werden, ich immer treffe mit meinen Kindern, die früher bei mir waren. Auf der Straße oder mich auch besuchen. Die sind jetzt 35. Und auch mich Merhaba Ayşe sagen. Oder Nassilson. Und unser Ziel, dass nicht so richtig die türkische Sprache bringen. Dass die auch eine andere Sprache Respekt. Und da gibt es auch eine andere Sprache, eine andere Nationalität. Und auch für mich wichtig war das, die Muttersprache auch unterstützen. Weil bei mir war, als ich Kind war, das war meine Muttersprache verboten. Kurdisch konnte ich nicht. Das dürfte ich nicht. Dürfte ich nicht sprechen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss so in einem Kindergarten arbeiten. Dass sich da Kindern auch die Muttersprache beibringen und auch unterstützen. Und die Eltern freuen sich, wenn ich das mit den Kindern auch türkisch spreche. Und auch außerdem die deutschen Eltern freuen sich. Die sagen dann so, das ist sehr gut, dass meine Kinder auch türkisch lernen. Das ist eine Chance für die Kinder auch die zweite Sprache zu lernen. Natürlich war es nicht einfach, dass sie eine neue Sprache auch so besprechen und lernen. Aber ich habe das auch versucht, auch deutsche Freunde gehabt. Und auch, ich habe das auch, als ich bei meinen Verwandten sechs Monate gewohnt, und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Das ist bei denen, ich möchte gerne mein eigenes Leben. Ich will gerne auch alleine wohnen. Dann habe ich auch eine deutsche Lehrerin gesehen, dass sie auch so mit Bewohnern zusammen sucht. Und ich habe das ein Zimmer bekommen, mir auch gehört und die Untermitte bei ihr gewohnt. Nach einem Jahr habe ich, wie gesagt, meinen Mann kennengelernt. Und auch das ist in einem Ort gearbeitet. Das ist für die Flüchtlinge. Und da habe ich dort kennengelernt. Und ich habe das auch Asyl anerkannt. Ich würde acht Jahre, acht Jahre durfte ich nicht nach der Türkei fliegen. Und danach dann meine Asylanerkennung. Dann habe ich wieder die Türkei besucht. Mein Leben ist hier und ich fühle mich auch, dass sie hier gehören. Und vielleicht, wenn meine Kinder klein waren, dann hätte ich das auch denken, ach natürlich, Türkei ist schön. Ich liebe meine Heimat. Aber als in der Zeit meine Kinder groß geworden sind, natürlich, das merke ich auch, wir bleiben hier. Ich auch nicht zum Beispiel zum für immer Türkei zurückgehen. Vielleicht als so ein paar Monate da kann ich leben. Und auch vom Politischen her sehr schlecht geworden. Das ist gerade, kann ich nicht so denken, in der Türkei leben. Das war's. Vielen Dank.